In diesem Video möchte ich euch im Schnelldurchlauf meinen Jahresausblick für die Magnificent Seven, namentlich Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta und... Was? Achso, ich muss nochmal... Ich hab's jetzt schon... Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Meta... Meine Frau drückt nicht auf Stopp... Google und Nvidia geben. Ja, dann legen wir mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal und ich hoffe, ihr habt nach wie vor ein schönes Weihnachtsfest. Deswegen nochmal... Ja, wir haben uns in der letzten Woche schon gesprochen, beziehungsweise Anfang der Woche. Frohe Weihnachten und lasst euch bitte in den nächsten Tagen nicht stressen. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich in Feiertagen oder in den Tagen zwischen diesen beiden Ereignissen, Silvester und Weihnachten, stressen zu lassen. Das gelingt nicht immer, aber da drücke ich euch die Daumen. Wir blicken jetzt gleich auf die Magnificent Seven. Das sind die Aktien, die für eine massive Outperformance in diesem Jahr gesorgt haben. Wer hier investiert hat, der hat die Rendite mitgenommen. Alle anderen hatten das Nachsehen. Das war, ich habe es häufig ganz offen hier besprochen, bei mir auch der Fall, am Jahresanfang 2023, die Magnificent Seven oder einfach ein ETF auf dem Nasdaq 100 und du hast eine glorreiche Performance erzielt. Alle anderen, die mit einem aktiveren Ansatz unterwegs waren, die hatten es sehr schwer. Ob diese Outperformance 2024 so weitergeht, das werden wir sehen. Und wenn ihr Lust habt, dass wir auf einzelne Werte nochmal eingehen, dann darf ich an dieser Stelle erinnern, morgen um 18 Uhr. Da sehen wir uns und zwar live auf YouTube, By The Dip, der Podcast im Livestream, exklusiv im Übrigen. Wir werden das nicht nochmal extra als Podcast-Folge hochladen. Ja, wir ziehen hier voll durch, aber das gibt es nur morgen im Livestream um 18 Uhr. Den Link findet ihr hier in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Wir sind hochmotiviert. Was ihr gleich hier in diesen Jahresausblicken sehen werdet, ist, dass diese Ausblicke zwangsläufig, denn die Strukturen der Aktien sind zwar leicht unterschiedlich, aber doch in die ähnliche Richtung zeigend, dass es hier keine ganz großen Abweichungen gibt. Dennoch habe ich, wenn ihr so wollt, einen Underperformer und einen Outperformer hinsichtlich der Kurs-Performance. Was ihr in allen seht, in allen Jahresausblicken, wir gehen das jetzt gleich durch, ist, dass ich damit rechne, dass wir im Jahr 2024, wenn ich es mir aussuchen könnte, man könnte auch sagen, wenn ich raten dürfte, dann würde ich sagen im ersten Halbjahr, vielleicht sogar im ersten Quartal, dass wir dort eine Korrektur sehen. Die ist im Übrigen auch bitter nötig. Die ist gesund und sie ist meines Erachtens kaufenswert. Und, das werdet ihr selbstverständlich auch erleben, da könnt ihr euch jetzt schon mal mental darauf vorbereiten, egal wo wir diese Korrektur sehen, ich glaube, sie wird auch im Kryptosektor stattfinden, vielleicht auch schon sehr bald, dann wird es selbstverständlich den dazugehörigen Abgesang geben. War ja klar, dass die zu gut gelaufen sind und und und. Meine Ausrichtung ist folgendermaßen, die nächste größere Korrektur, das wird dann bezogen auf den Kryptosektor locker auch mal 20, 30 Prozent sein. Das wird bezogen auf die Tech-Werte, beziehungsweise die Magnificent Seven, wahrscheinlich eher was zwischen 10 und 20 Prozent sein. Die ist kaufenswert auch auf Sicht des Jahres 2024. Und wie immer, ihr seht ja die Historie meiner Videos, lasse ich natürlich alles stehen und wir können nächstes Jahr überprüfen, ob es tatsächlich so gekommen ist oder ganz anders. Entscheidend sind wirklich nicht die blauen Pfeile, die ihr gleich seht. Entscheidend ist, es wird eine Korrektur geben. Ich glaube, das Potenzial von hier aus betrachtet ist begrenzt. Bezieht sich nicht auf die nächsten Tage. Bis Mitte Januar könnte es durchaus noch positiv bleiben. Und entscheidend ist neben dieser Tatsache, dass wir eine Korrektur sehen und damit meines Erachtens eine Einstiegsgelegenheit, dass es im Anschluss weitergeht und für viele Aktien neue Allzeithochs bedeutet. So, und jetzt gehen wir sie durch. Ich habe es gesagt, in Schnelldurchlauf. Ich habe die Pfeile schon eingezeichnet. Wichtig, nicht so sehr auf die Zeitachse gucken. Also bitte nicht sagen, okay, hier im März 2024 haben wir das Tief und anschließend zum Jahresende hin haben wir dann ein neues Allzeithoch. Sondern es geht um den grundsätzlichen, ich habe das versucht, ein bisschen in die Struktur der vergangenen Entwicklungen hier einzupflegen. Das heißt, dieser Pfeil kann natürlich auch ein bisschen tiefer gehen. Durchaus möglich, dass wir hier in dem Bereich fallen, 135. Es geht um den groben Ansatz. Das ist kein exakter Fahrplan. Manuell und händisch eingezeichnet. Jeden einzelnen Wert werden wir ja logischerweise hier in den nächsten Monaten immer mal wieder besprechen, wenn es was Interessantes zu besprechen gibt. Das ist Amazon, Korrektur nochmal, könnte auch so zeichnen und im Jahresverlauf ein neues Allzeithoch. Nächste ist Apple, eine relativ starke Aktie gewesen. Hat sich also auf diesem Niveau gehalten, kommt aber in den letzten Tagen nicht so ganz vom Fleck. Es ist im Übrigen ja auch durchaus gegönnt nach der Performance im Jahr. Und bitte, es sind jetzt nur charttechnische Jahresausblicke. Wer also sagt, ja, aber keine Produkte und so, alles in Ordnung. Das ist eine fundamentale Analyse. Das kann theoretisch auch etwas tiefer gehen. Bedenklich für eine Korrektur, die dann noch deutlich weiter reicht, wäre im Prinzip ein Rutsch unter 160 US-Dollar. Besprechen wir, wenn es soweit ist. Ich glaube, dass wir im Jahr 2024 auch in Apple neue Allzeithochs sehen und vorher eine Korrektur. Also Microsoft, sehr starke Aktie. Auch hier Korrektur, Kaufenswert, neue Allzeithochs. Ich habe hier bewusst jetzt nicht die Kursziele reingeballert, weil ich auch keinen FOMO-Effekt erzeugen will. Ja, grundsätzlich mal finde ich all die Aktien, bis auf eine, da schauen wir gleich drauf, auf diesem Niveau finde ich das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt für einen aktiven Anleger, für einen Trader nicht mehr so super interessant. Die Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen. Ja, es kann durchaus noch ein bisschen Aufschlag geben in den nächsten Tagen. Ich sagte es bis Mitte Januar hinein. Aber das ist natürlich nie mehr so interessant, wenn die Aktie vorher schon fast 10% innerhalb kürzester Zeit gelaufen ist. Microsoft also mit ähnlicher Herangehensweise. Ebenfalls Google hat ja gerade das Barron's Magazin in seinen Top 10, habe ich auf dem Ericsson-Kanal besprochen. Also die Top 10 Aktien von Barron's, die in der Vergangenheit nicht immer gut waren. Aber im letzten Jahr, muss man ihn lassen, haben sie den Markt outperformed. Das war ja gar nicht so einfach. Es lag zwar nur an zwei oder drei Aktien, aber wie ist ja egal. Alphabet, Google ist also einer der Top 10 Tipps von Barron's Magazin. Und ich sehe das ähnlich. Ja, wir werden die, ich finde gerade bei Alphabet macht es Sinn, über den Bereich AI zu sprechen. Also vielleicht ist bei Alphabet immer noch ein bisschen AI mahlos, weil sie so spät dran waren drin. Während bei Microsoft vielleicht ein bisschen Bonus drin ist. So oder so, wir werden eine Korrektur sehen. Auch hier gilt, wie bei den anderen, die darf auch tiefer reichen. Ja, also wenn, dann ist natürlich bei denen auch mal ein bisschen Speck zu holen. Also wenn du Gewinne mitnimmst, dann ja in der Regel bei den Aktien, die gut gelaufen sind. Und das sind sie halt. Von daher die Korrektur, je nachdem. Es gibt diese Korrekturen, die verlaufen so ein bisschen leicht seitwärts, abwärts. Dann wird ein potenziell überhützter Zustand auf der Zeitachse abgebaut. Und es gibt Korrekturen, die finden über den Preis statt. Es kann sehr, sehr schnell gehen. Das ist im Prinzip für den Trader einfacher. Eine schnelle, harte Korrektur auf einen Aufwärtstrend folgen, ist immer einfacher zu handeln als der berühmte Salami-Crash oder die Salami-Korrektur. Auch für Alphabet gehe ich davon aus, dass wir im Verlauf der nächsten zwölf Monate neue Allzeithochs sehen. Und wenn das Allzeithoch jetzt noch dieses Jahr entsteht, keine Sorge, dann werde ich nicht Ende des Jahres sagen, ich habe es euch ja gesagt, neue Allzeithochs. Also auch hier der Gedanke, ob selbst wenn jetzt noch ein leichtes Allzeithoch entstehen sollte, so viele Handelstage bleiben dann nicht mehr. Insofern eher nicht eine Korrektur und die dann kaufen. Das gilt im Übrigen logischerweise, ist mehr oder weniger auch der Ausblick für den Nasdaq 100. So, nächster Wert. Ja, hier ist wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen dem Empfinden, was ist das Ding fundamental wert und wohin kann sich die Aktie entwickeln mit am größten. Die Quartalszahlen werden hier immer eine große Rolle spielen. Die letzten waren wieder absolut stark. Es gab aber keinen großen Ausbruch. Daran sieht man, wie viel Erwartungshaltung auch hier drin ist. Diese, ich finde Nvidia sehr spannend. Ich würde es mir fast wünschen, denn ich habe es schon mal gesagt, so ein Traumszenario wäre, die Aktie hier unten nochmal zu bekommen. Allerdings ist das für mich nicht das wahrscheinlichere Szenario. Wäre schön, aber vermutlich muss man sich mit einer Korrektur bis in den Bereich 400 US-Dollar zufrieden geben. Wie gesagt, vielleicht verläuft das Ganze auch sehr viel flacher. Ich mache es jetzt einmal rein, nur damit man die Systematik dahinter erkennt. Und ich glaube, Nvidia wird im Jahr 2024, werden wir Kurse jenseits der, das sieht hässlich aus, jenseits der 600 US-Dollar sehen. Ich weiß, teuer, aber dieser Hype, AI-Hype, wenn ich den Begriff lese, dann kann der eigentlich nur von jemandem kreiert worden sein, der keine Hypes an der Börse erlebt hat. Denn ein echter Hype, der findet in der Regel nicht in Reihe 1 statt. Es gibt natürlich immer dann die Vorläufer und logischerweise ist Microsoft derzeit ein Profiteur dieses Gedankens. Google auch, Amazon auch. Letztlich haben sie alle ihre AI-Wirksamkeit nach außen. Aber zu einem echten Hype gehören eine Menge IPOs. Die werden wir meines Erachtens spätestens im Sommer sehen. Und dann kleine Werte mit kaum Gewinn oder mit wenig Gewinn, die durch die Decke gejubelt werden. Das wird, glaube ich, im kommenden Jahr passieren, weil natürlich die Zinspause es dann auch an ein besseres Umfeld für IPOs gibt. Und dann, dann wird ein Hype stattfinden. Und davon kann man natürlich, bevor diese, auch diese Blase, wie jede Blase, das Internet war eine Blase. Das Internet hat sich gehalten, ist natürlich nicht abgeschafft worden. Aber Bewertung von 200, 300-fachen des potenziellen Gewinns, das ist immer ein Hype. Und von daher lassen wir sie doch erst mal kommen. Denn das ist in der Regel eine Marktphase, in der sich ganz gut Geld verdienen lässt. So, und jetzt kommt, und ich weiß, das ist ein bisschen, ich finde Meta-Facebook eigentlich ganz interessant, weil letztlich hier drin ist, und das ist auch die Story, das Metaverse wird so nicht kommen. Wenn, dann ist Meta der Konkurrenz voraus. Das habe ich jetzt hier nicht mit einbezogen. Sollte das Metaverse dann tatsächlich sich so materialisieren, wie sich das Facebook vorstellt, und das ist die Karte, die Zuckerberg nach wie vor ausspielt, dann könnte Meta sehr, sehr interessant werden. Dann bekommen Sie vielleicht noch deutlich höhere Multiples. Wir schauen aber nur auf den Kurs. Und das ist im Prinzip der einzige Wert, wo ich mir, oder wo ich am ehesten sagen würde, neue Allzeithochs im Jahr 2025. Kann sein, aber Meta durch diese massive Korrektur, die wir jetzt hier wieder aufgeholt haben, bin ich mir nicht sicher, ob die Bewegung nicht erst später kommt. Also, wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, auf den aktuellen Kurs wird Meta den geringsten Zugewinn liefern im Jahr 2024. Ich würde aber nicht darauf wetten, weil ich es langweilig finde, weil Meta immer schon unterschätzt wird. Aber ich muss mich ja für einen entscheiden. Und positiv, das mag den einen oder anderen überraschen, und ich habe wirklich alles ausgeblendet. Und auf der einen Seite, wir haben lange drüber gesprochen, Elon Musk bewundernswert, aber auf der anderen Seite, seine dunklen Seiten sind dann wirklich auch manchmal so, wenn ich was schaue, wen er jetzt gerade auf X, also auf Tesla, Entschuldigung, auf X, also auf Twitter, wieder zugelassen hat, per Umfrage. Also, da sind Leute, er macht das natürlich unter dem Deckmantel oder unter der Agenda der Meinungsfreiheit, Free Speech, aber das ist natürlich nichts, was er propagiert, weil er gnadenlos jeden wegrasiert, der ihn dort in irgendeiner Art und Weise kritisiert. Also, Free Speech dann, wenn die Speech ihm gefällt. Und deswegen, ich kann nur sagen, es gibt wirklich Persönlichkeitsstrukturen bei ihm, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Und es gibt natürlich Genialität auf der anderen Seite. Ja, also, er weiß, der Mann ist hochintelligent, da bin ich mir sehr sicher. Deswegen weiß er ganz genau, was für Potenzial er hier ständig wachrüttelt mit solchen Aktionen. Don't like it, muss ich aber auch nicht und es wird ihn auch überhaupt nicht jucken. Und ich muss das natürlich gedanklich trennen von der Aktie, wenn ich mir den Chart anschaue. Und, ja, fällt mir selber schwer und ihr könnt euch denken, mit meiner Tesla-Vergangenheit nach wie vor kein weiterer Trade dazugekommen. Ich führe 4 zu 3. Also, 4-mal habe ich bei Tesla mit dem Trade richtig gelegen, 3-mal verkehrt. Es fällt mir schwer, gerade dann, aber wahrscheinlich rein nach Kurs. Ja, diese Konsolidierung dauert so lange und das aus einem massiven Anstieg heraus. Wahrscheinlich wird Tesla vielleicht die Story der Magnificent Seven hat natürlich auch das größte Nachholpotenzial, wenn man so will, weil die Aktie, wenn wir nur auf diese sieben Aktien blicken, am schwächsten gelaufen sind. Das liegt nicht daran, dass ich momentan in einem Trade in Tesla drin bin. Der ist auf kürzere Zeitebene und hofft, gehört natürlich nicht dazu, aber Ziel ist erstmal nur, ich sehe auf der Oberseite so um die 260 bis 270 US-Dollar. Ich habe den Stop schon auf Einstand nachgezogen. Haben wir hier im Übrigen auch besprochen, ein Tesla? Ja, ich lasse den Pfeil mal stehen. Ihr seht ihn, das ergäbe das stärkste prozentuale Aufwärtspotenzial für eine Tesla-Aktie. Da ist doch Stoff zum Diskutieren. Das könnt ihr natürlich wie immer hier auch in der Kommentarfunktion machen. Haut's raus! Vielleicht ist auch schon ein bisschen Weihnachtsfrust dabei. Haut ihn raus! Aber insbesondere freue ich mich natürlich, wenn ihr morgen dabei seid um 18 Uhr bei The Dip Livestream hier auf YouTube. Morgen ist der 27. Genau. Also, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich morgen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, alles Gute! Euer Lars. Euer Lars.